Ich warte eigentlich die ganze Zeit schon darauf, dass das hier endlich losgeht so und ich warte natürlich nur auf i-Fire und irgendwie sind die, ich weiß nicht genau, was da los ist jetzt. Dauert irgendwie alles der lange so, aber ich glaube immer da vorne ist da, das Nöden ist da schon, ne? Guten Tag, wo sind wir hier gerade? Auf dem REIT-Festival! Ich komme gerade von einer krassen Techno-Party. Ich versuche mich hier zu erholen, das geht bei der Musik ganz gut. Ich bin ein Gast, ne? Fühlt mich gut, ne? Das ist in der Schweiz. In der Schweiz ist nämlich das allseits bekannte Peffikon-Festival, Weeds-Festival. Und wir spielen hier heute... Wir spielen hier heute auf dem Beats-Festival mit Delay, Alfa Blondi, Fanta Mo Can. Es ist ein großes Festival, es war das größte in der Schweiz sein. Wir sind sehr geehrt, dass wir hier sein dürfen. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Es ist aber das erste Mal. Und es wird hart. Ich habe Firestyled und du bereits. ICH FUNKELSCHTEN Wir kommen wieder auf, wenn ihr wollt! Ja! Nein! Wir kommen wieder auf den Schritt! Meine Schatten, du kannst liegen, keine Reune, tut mir leid, mit deinem Entschuldigung, die Lüben. So! 4! Okay! Wo war's? 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 Thankeschön! Ja, tweet! Ey... 3, 2, 1... Wo war's? Wo war's?